Guten Tag, schön euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Ich hätt's dazwischen legen können, aber wozu? Das ist doch so viel lustiger. Dann kann's ehrlich viel Spaß mit den Karten. Ich hab's auch nicht viel bessere. Okay, ich hatte bessere. Oh ne! Oh, das rette ich wieder. Der ewige Kreis. Oh, dankeschön. Dankeschön. Spiel für gute Freundschaft. Wie war das mit dem Teammodus? Nee, wir haben jetzt hier halt weitergemacht. Oh ja, danke. Dann machen wir gleich weiter hier. Pan Pan. Wir beide. Sieht's gleich wahrscheinlich aus. Oh, ich darf mal. Hast du was fieses? Nee. Selbst wenn. Der kommt erst drei nach mir. So. Das wär's jetzt. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt macht sie ja das selber. Okay. Oh. War so klar Tja und wer gewinnt jetzt die letzte 7 Legen? Hast du extra gewartet? Ne, ich konnte ja nicht zwischenlegen, weil das einfach nach Reihenfolge geht Ok Nach dir war Krug dran, nach Krug war Pan dran und dann war ich dran Da haben wir sie wieder Wolle ich dann weg meine lieben Karten Ja, wo soll man denn? Unno Ich hab nicht gemerkt was du hast Unno 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 Zwei Unnos, wie soll ich denn das hier bedienen? Du hast ihn, ne? Okay Den fuck jetzt knapp Nein, der hätte doch noch vielleicht den anderen... Oh Gott Oh Gott, oh Gott Hast du das? Easy, hab ich gewusst, hab ich gesehen Ja, blaaaah Hab ich geguckt Ah, scheiße Ok, ja warte Ja, was hat er denn jetzt? Ne Pan Pan Kein Blau, ok Er hat ne Rot Er hat ne Rot Ja Ich nicht Falscher Das fiese ist, ich konnte grad nicht mal bei ihm sagen, er hat nicht Unno gesagt Er hatte ja nur noch die eine Karte und wir haben es getauscht und ich musste Unno sagen, aber bei ihm konnte ich es gerade nicht lamentieren Ja Ja Wieder voll Du musst auch ein paar Karten Jetzt höre halt auf Okay, gleich Mach ich gleich Hast du Rot? Du Wie er sich nimmt Du Sack Du Arsch Du Löder Du Arsch Aber hättest du Rot gehabt? Nein Wir missten das mit Facecam Spielen Du Löder Ein Spiel für gute Freundschaften Ja Immer und immer wieder Der ewige Kreis Wahrscheinlich habe ich auch schon so viele Fehler gemacht durch diese Regel, die ich noch nicht beherrschte mit dem 7 Nuller Vielleicht hätte man das noch viel geiler spielen können Also, Tipp, man darf sie nicht als letzte Karte haben, wenn du die 7 als letzte Karte legst, musst du den mit jemandem tauschen Oh, okay Hm, das wäre jetzt gerade so ein Thema gewesen So fies bin ich ja nicht, dass ich dich in die Falle reinlaufen lasse Gut, dass wir das besprechen auf 4 Spielen Hier folgen Ja, das ging irgendwann unter so, weißt du So fies bin ich ja nicht So fies bin ich ja nicht Ja, weil du es jetzt speziell angesprochen hast Ja, ja Auf Pandor, du hattest auch mal weniger Karten Ich hoffe nach wie vor, dass dein letztes immer noch nicht Oh, okay Was hat er? Worauf müssen wir hinausarbeiten? Gelb Gelb, okay Plus 2 Plus 2 Plus 2 Gelb Nee, jetzt 2 mehr als Gelb Einfach verliegst du dir, okay, gut Also, du fand ich auf die Karte Man muss sich immer irgendwas halt machen Mhhh Warte, nee, ich hätte die Idee Verkiss das ganze mal schnell Mh Mh Warum? Hm Dinge Okay Ja, weil ich jetzt deine Karten hab Im Zweifel Dinge, aber Pan Pan Fick dich Pan Pan Fick dich Oh Gott Nein Oh Gott Wir wissen ja gar nicht mehr, wer das ist Warte, warte, warte Okay, da ist Gelb Und das Oh Gott, der hat einen Gelb Ich hoffe, dass du legst Okay Ach, toll Ich dachte, ich bin nochmal dran Der hat doch kein Gelb Ich dachte, der hat eine Gelbe plus 2 Oder hast du die jetzt wieder? Jetzt bin ich völlig raus hier Nee, er hatte eine Gelbe Und ich hab ihm dann 2 dazugegeben Drum plus 2 Achso, okay Jetzt hat er plus 10 Ist das hier nicht ein Kartensammelspiel? Äh, nee Ist es nicht Hm, okay, blöd Es ist ein Beschenke deiner nächsten Spiel Ach du sagst Danke sehr Pan Pan Das ist doch gemein Das ist doch gemein Da wollte ich dir auch gerne mal etwas abgeben Wie er immer wieder dazwischen kretscht da der Kuh Ja Ich find's auch nicht nett Ich find's auch nicht nett Boah, ihr Säcke Das konnte ich jetzt unmöglich vorausahmen Aber weißt du was? Probieren wir's nochmal Ja Gewalt, du Arsch Was zur Hölle Hm, ach Ich bin für gute Freundschaften Jetzt gehen mir die plus 2 aus und die plus 2 aufnehmen Hihihihi Hm, du stoppst erstmal Okay Und dann stoppst du nochmal Hehehehe Guck, reinging Hehehe 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 Guck und ich sind ein gutes Team Nee, falsche Richtung Na jetzt fangt er auch wieder an Da mit Puh, Glück gehabt Hehehe Hehehe Guck, wir sind doch ein tolles Team, oder? Du wirst doch jetzt nicht äh, unüberlegte Dinge machen Hehehe Hehehe Wechsel mal Ja, ficken Hehehe Falsch, falsch Ich glaub du hast unüberlegte Dinge getan Wie kann das sein? Ja Ich dachte es geht in die andere Richtung Ffff Hehehe Wohl nicht Hat er vielleicht noch Null? Nee, bitte nicht Fände ich grad knorkeln Oh, schön Du kannst ja auch nicht Ehhhhh Ihhhhh Ähhhhh nicht dazudrauflegen? Vielleicht weil ich dran bin als nächstes, da mit den Einsern. Grüne Eins. Das hat mir nämlich jetzt nicht gesagt, dass ich die loswerden kann. Dass ich die quasi dazuregen kann. Ne, wenn du als nächstes dran bist, dann kannst du dich nicht dazwischenlegen. Dazwischenlegen ist ja wenn du nicht, also du überspringst ja quasi einen dann. Okay. Dachte ich werde nämlich dann zwei mal dran quasi, wenn ich das mache. Okay. Blau. Blau. blö 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 haben wir es dann pannpann so jetzt macht mir kooksorgen und pahnpahn soll ich bei rot bleiben oder soll ich auf blau wechseln? das nicht, bei blau hab ich was fieses ja das krieg ja dann ich ab von dir ich dachte er merkt's nicht Scherz gegen Excellation hier hätt hier sein können dammit mir ist extra nicht auf blau wechseln ja so rum könntest du das wenn wir auf blau sind dann ruhig bei dem kinguin da reinwürgen nö ja dann nicht nicht blau Freunde gar nicht gut obwohl Spaß schick schick nicht die richtung wechseln ja klar mhm das ist toll das ist super was ich muss sagen deine karten haben mir gut gefallen wauw ist zwar nicht mehr viel gutes von übrig aber hhhhhh stimmt du hast ja komplett ausgeräumert ganze gemeinheiten hhhhhh 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 tschüss karten hhhhhh 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 das war MEINE hhhhhh hhhhhh hhhh hhhhhh hhhhhh aber dann tausch DU nicht mit MIR hhhhhh 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 �리 Herr Und Pan Pan wird sich wünschen, auch irgendwas dazu zu legen. Ja, ich hätte auch gerne sieben. Na super, jetzt kriegt's wieder 10.000 Karten, kein Blau. Die Arntzen auch gerade. Bald grinst er nicht mehr, sondern schaut so böse. Ja, das ist schon so'n Akropanda dann. Stopp. Das willst du mir jetzt nicht sagen, dass du hier Zuno hast. Du machst keine gemeinen Sachen. Nein! Yes! Juhu! Und nochmal gewonnen. Sehr schön. Sollen wir noch eine machen? 15 Minuten. Wir sind jetzt auf 15, 16 Minuten. Entscheide du. Ich glaube, wir lassen jetzt ganz ganz hier, wir können auch hier abbrechen. Ja komm, mach mal noch eine. Eine schnelle. Ja. Wenn man das beeinflussen könnte. Ich werd ja schon wieder ausgelassen hier. So gefällt mir das. Ach, f***. Und Switch. Erstmal weg. Hauptsache weg. Und sie sind weg. 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 Ja, ist ja gut. Darfst du den nochmal. Darfst du den nochmal nehmen. Boah. Alter, ich hab jetzt schon mehr als zum Start. Gute Runde. Schön, dass wir dich noch gemacht haben. Ach, ich hab hier. Na bitte. Eine kurze Runde. Kommt immer drauf an ganz für wen, glaub ich. So. Wie Hand haben wir denn das ganze jetzt? Hm, keine 7 und keine 0. Erstmal so. Oh no. Kannst du's auf rot belassen? Ähm, ja. Nicht sooo. Das war doch mal noch ein schönes Ende. Ja, Freunde, dann würde ich sagen. Danke für's entscheiden. Gratulieren und huldigen Pan Pan für diesen grandiosen Sieg. Da grinst er. Erfolgreich. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Einschalten. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Level 11. Okay. Lebenszeitergebnis. Was? Wie viel Lebenszeit ich da reingesteckt hab in das Spiel oder was? Okay. Okay. Lebenszeit 6615. Keine Ahnung. Was hat mir das bedeutet? Und ich bin nicht sozial. Bin ich auch nicht. Bin grad bei 40% sozial. Was immer das heißt. Null. Null. Auch nicht schlecht. Medaillenfortschritt 18%. Action? So intervenieren vielleicht? Action. Habe ich aber auch ein 0%. Weder sozial noch irgendwie Action. Ich bin so richtiger RTLs für Zuschauer. Hm. 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 Das ist komisch. Krieg ich gar nicht. Verstehen nur. Und da oben diese 11. Und was ist das blaue darüber? Ich hab's grad ausgemacht, das Spiel. Ähm. Elf blau? Weiß ich nicht. Ja. Bestenliste? Da bist du wahrscheinlich ziemlich gut dabei. Wenn ich Freunde sehen kann. Seh ich Freunde? Nein. So weit denkt das Spiel dann nicht. Hm. Was ich auch vielleicht Freunde anzeigen lassen möchte. Hm. 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 Hm.